Baby. Jaaa! Wollen wir mal skypen? Nein! Du Hurensohn Lass mal PLS Scream machen Nein Daniel! Wir verpissen uns Hahaa He-So Wie bist du reingegangen? Hä? Buchen Hä? Ich komm hier nicht weg, Mann! Drück sneaken jetzt haben die alles gelootet man ja ich kenne ich komme ich habe eine route baby komm jetzt echt ich bin ein delphi ah daniel ich box ihn weg ich habe ihn zu dir geboostet sorry hurensohn team 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 wartet er macht ihn wir ficken den doch gleich chill ok komm mit der schwert schwert jetzt kommt ja ich sterb gleich nein 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 so der kleine huren alte jetzt werden müller gefickt deine komm raus warum ja weil ich tot bin ja und baby online ich die nein wir sind aber wir sind unterschiedlich gespawnt ok ich bitte beauty ok beauty beauty boy sascha ich komme okay kommen wir treffen uns in dem in wo ist denn der fickwald hier ist überall wald ohne witz da vorne bist du daniel einer ist hinter dir pass mal auf hilfe der hinkt was da doch nicht bastardo nein wusste mich ich bin ich bin vor dir nein du bist nicht vor mir wusste mich doch jetzt wie viel hält er denn aus dieses dieses dumme kackkind kackkind hallo hallo ich hab dich gewusstet man ich hab's gemerkt ja wieso seelenloser bastard ne 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 rein Daniel! Oh der ist gleich tot, der ist gleich tot, der ist gleich tot, der ist gleich tot! Ich sterbe! Hä? Das ist so scheiße. Oh Gott. Ja keine Ahnung, der ist nicht gestorben, Alter! Ich glaub der hatte Down-Syndrom oder so, du weißt ja, Down-Syndrom, Menschen leben länger. So zwei Jahre oder so. Baby! Ja! Ja! Baby, look at the rat! Look at the rat! There you are! I am here! I am here! Du draußen, ich guck innen. Wir teilen uns auf. Was wenn nicht? Oh fuck, hier ist einer! Pssst! Pssst! Warte, warte, ich bin die Ködergranate, geh weg. Ich bin, okay, los! Ködergranate! AAAAAAA! Töt ihn! Was hast du gesehen, Alter? Ist richtig ausgedacht! Häli, wieso hast du den getötet? Tja... Hoppla... Hah-hah! Nä. Näh! Ne! Näh! 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 Hhhh! Hh! Nein! Nicht alle! Hhh! Hhh! wohww. Ohhhhoh! Bad Boy, huh? Hrrr. Haben wir einen Bad Boy, huh? Und sie helfen dir viel! Also, ja, alts get to the next brother. Ich Fairstalex! Ok, psshhh! Oh, der nächste Spieler ist ein BlockGet Nil! Da ist einer! Kampfschrei! Komm her, Mann! Ich hab dich die ganze Zeit, Mann! Du rennst immer in meinen fucking Weg! Tja, Deal, bitte! Damit wirst du wohl klarkommen! Bastard! Okay, Daniel! Ich mach mal kurz den Shader an! Ach ja, mach ich auch mal! Äh! Äh! Ich mein wieder aus! Da sind auch welche drin! Wo? Da drin! Angriff! Nein, die sind hier! Daniel, komm her! Hier, da ist einer! Wenn sie zwei schreiten, dann freut sich mein Tripper! Was machen wir denn jetzt, Daniel? Ja, wir gehen da hoch, Mann! Kommando Düsentrieb! Okay, Operation Düsentrieb, Daniel! Wir gehen jetzt... Da gehen wir jetzt hoch! Und dann klären wir mal das! Was machen die? Die ist so da, sind die doch! Okay, komm, die klären wir jetzt! Hallo! Hilfe! Sein Kollege kommt! Der ist der Hund! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Angriff! Daniel, ich bin weg! Du bist tot? Ja! Du Bastard hast Daniel getötet! Alter! Angriff! Hurensohn! Hurensohn! Ah! Er ist tot! Also... Doch ist er! Hä? Ich schwöre! Also... Ich bin leider rausgegangen! Ohohoho! Scheiße! Dann werde ich mich jetzt wohl selber töten müssen! Hahaha! Ohohoho! Hahaha! Lol! Ich binpectart! Also... Wie heißt der? Ist doch der Muhammad die VersCHE slotced? Untertitelung des ZDF, 2020